Die Geburtstagsparty von meiner Freundin Loretta Und obwohl ich noch nie vor anderen Leuten getanzt hatte, sagte ich zu ihr, na gut Ich hab sofort gemerkt, dass ich anders tanze als die anderen, ganz anders Was ich dann gemacht hab? Ich hab meinen Tanz weiter getanzt, trotzdem, ja, das hab ich gemacht Aber auf einmal haben alle anderen aufgehört zu tanzen und nur noch mir zugeguckt Und dann sagte meine Freundin Loretta Hey Karl-Heinz, was ist das für ein Tanz? Was ist das für ein Tanz? Meint ihr diesen Tanz? Ja, das sieht gut aus Das ist mein Tanz, mein absoluter Lieblingstanz Man nennt ihn einfach nur den Karl-Heinz-Kassler-Sause-Schritt-Tanz Und warum tanzt du nicht so, wie wir alle hier tanzen, hm? Ja, ich weiß nicht, wie wir Vielleicht später, Loretta Na gut, das läuft jetzt mal los, ich hab dich in Loretta So hab ich dann weiter meinen Tanz getanzt und das war in Ordnung so Und die anderen haben weiter getanzt, so wie sie wollten Und das war auch in Ordnung Seht ihr? Ich hab euch versprochen, dass ich euch die Geschichte von mir und meinem Tanz erzähl Und das hab ich getan Also tanzt euren Tanz, ja? Ja, ja, ja Ja, 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 ja